Ja, hier müssen die Platten, der ganze Weg muss gelegt, ja, weil wir legen den sonst den Weg tiefer, das ist auch hier, wo wir immer drehen, hier muss eine Platte hin, wir hatten gesagt, wir nehmen den Zaun raus. So, und das ist das, das ist, ja, nun mal wohl, der ist jetzt grün, ja, das ist das Objekt der Begierde. So, der liegt halt da vorne auf der Hecke, auf dem Schuppen, hier ist der halt, ja, konnte ja auch keine Wurzeln nach da bilden, weil da der, da der Schuppen ist, hier hängt der Zaun noch mit drin, ne, der ist übrigens auch eingewachsen, ne, das ist genau das, was ich sagte. So, da ist der Schuppen platt und dann liegt der hier irgendwo über drei, über drei Grundstücke, da müssen wir den mal raus operieren. Hier liegt der noch auf dem Schuppen, da, und hier schmeißen wir den Scheiß hin. So, wir sind mit voller Batterie heute hier, Krümelmonster, Moneymaking Machine, TwinTrailer, da sind die Überfahrttafeln drauf, damit wir hier die Wege nicht kaputt fahren. Hier, unsere Überfahrttafeln, damit die Wege geschützt sind. Nissan, sauber macht Zeug, Schubkarre hinten dreifach drauf. So, Tinkerbell ist dabei, damit wir das Stammholz nachher transportieren können und auch die Äste. Und dann der Tridax, der immer noch ohne Werbung ist. Und natürlich der Jeep ist mit dabei. So, Markus hat sich gestern den Fuß verstaucht, aber der kommt klar und ich fahre den LKW jetzt hier hin, dann stapeln wir da die Äste hin, Holz hin und dann haben wir Platz genug. Alles klar. Das ist verboten, Kanisterbetankung, auslaufende Betriebsstoffe. Das ist verboten, Kanisterbetankung, auslaufende Betriebsstoffe. Das ist verboten, Kanisterbetankung, auslaufende Betriebsstoffe. Wir haben ihn ja jetzt soweit nackig gemacht. Da hinten ist der Schopen drunter. Jan ist hier oben bei mir. Wir stehen hier warm, trocken und sicher auf den Stammstücken. Das haben wir alles soweit hier jetzt weg. Da ist nichts passiert. Das waren wir nicht. Das war schon. Jetzt geht es halt darum, den hier so ein bisschen raus zu operieren. Das alles hier unten rein zu ziehen. Dann haben wir den ganzen Scheiß hier oben weg. Und haben dann nur noch den Stamm. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Da hinten ist immer noch das Gewicht von der Wurzel. Der kann sich also im Zweifelsfalle irgendwann auch spontan wieder aufstellen. Aber da wir immer nur kleine Stücke abnehmen, merkt man das, wenn der so diesen Moment kriegt, dass er hoch will. Im Moment hat er den nicht. Was auch ganz gut ist. Aber wir fallen ja weich da hinten in den Weißdorn oder so, wenn der hoch geht. Nein, Quatsch. Wollen wir natürlich nicht. Wir entasten den in kleinen Stücken und beobachten eben ganz genau sein Verhalten. Und dann passt er schon. Und wie gesagt, das hier haben wir alles jetzt weg. Das hier ist dann das Nächste. Festhalten, abschneiden, hier langziehen. Und dann ist das meiste auch schon gleich erledigt und weg hier. Der Färmer ist eine große Hilfe. Tina jagt den ganzen Scheiß nach hinten. Platten sind ausgelegt. Den Wegen kann nichts passieren. Im Garten gibt es keine Spuren, wie ihr seht. Also genug gequatscht. Ich muss weiter. Ich werde ja nicht für Sammeln bezahlen. Ich bin ja kein Politiker. Merke sich niemals den Astab, auf dem du stehst. Ich bin ja nicht für den Türen. Ich bin ja nicht für den Türen. Ich bin ja nicht für den Türen. So, ob der andere ist. Ich bin ja nicht für Türen. Zack, da ist er. Der hier noch. Oder haben wir es doch schon. Fast alles. Der Stil ist auch nicht mehr das, was man war. Geht ständig aus im Leerlauf. Dann heißt es immer, mach mal das Luftfilter sauber. Wie gesagt, Emtronic hat sich einzustellen. Auch mit vollem Luftfilter. Ich glaub noch nicht mal, dass das Luftfilter verstopfen wird. Das haben die einfach. Wenn du viel kurze Schnitte machst, das mögen die einfach nicht. Dann musst du die neu kalibrieren. Aber wie ich es ganz in diesem Jahr mittlerweile selbst kalibrieren, musst du nur deinen Kalibrierungsast dabei haben. Weil du nämlich fünf, sechs gleichmäßige Schnitte mit Vollgas und Starkolz machen wirst. Das ist ein Wesen. Bei der E-Mail. Du kannst den Computer mit dem Wald nehmen. Dafür erzählt sie die Säge dann wenigstens noch, was er hat. Das ist ein Wesen. Der ist ein Wesen. Wir machen das. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.